There are kids sleeping. Please, if you don't mind. Sorry. Sorry. I'm really, really young. Sorry about that. Yes, sorry. Hey und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Video-Vlog. Neuen Vlog. Wir werden in die Ferien gehen und heute ist der Sexy. Das habt ihr auch im Intro gesehen. Und jetzt ist es gerade 21, 21 Uhr. Soll ich drauf drücken? Ah, gut. Ja und wir werden jetzt schlafen. Wir werden aber am 3 Uhr morgen aus dem Bett gehen und dann... Egal, wir sehen uns später. Also wir sind jetzt am Flughafen angekommen. Also es ist extrem leer, als wenn wir nach oben gehen. Und das ist auch richtig komisch, dass ich jetzt mit einer Kamera rumlaufe und habe einen Film. Aber ich muss mich an das Ding dran gewinnen. Also wir werden am 6 Uhr noch gehen. Dann ist alles leisig, das trägt mich auf. Ja. Sorry. Wir sind jetzt in Dutifri. Dutifri. Also ich würde den ersten Mal mit meinem Flugzeug sehen und etwas machen. Also wir sind jetzt im Flugzeug. Das kann man jetzt schwer erkennen. Und jetzt hat es so ein Schlaf leichter angemacht. Ja, wir werden nachher den Film schauen. Und es regnet immer noch. Und jetzt hat es mal einen Film auf! Und dann wäre auch der Sponsor nicht. Privat? Nein! Da hat es nicht ganz von der Abeladen... Aber die Halle hat es geschaut. Aero hat es auch geschaut. Ja, er hat mal Videos... ...eine Netflix-Serie abgeladen, das wir können jetzt einmal angucken. Und ja, wir kommen und lassen es überleben. Und dann wisst es nachher. Also wir sind jetzt da angekommen. Fast das Glecknis abgezogen. Und das Meer ist extrem schön. Jetzt wird es gerade abschneiden. Und mir ist aufgefallen, dass wir es nicht mehr sehen können. Aber im nächsten Clip wird es dann besser gezeigt. Und ja. Und es ist auch sehr aussichtig. Und ja, jetzt sind wir den Koffer am holen. Ich bin sicher nicht weggegangen, weil es sonst zu laut ist. Aber da gibt es sicher nachher, wenn wir dann im Bus sind. Und zum Hotel fahren. Also wir sind jetzt da angekommen. Auch die Aussicht ist richtig schön. Dankeschön. Ja. Also wir probieren es uns ins Wetter hineinzulocken. Aber nachher werde ich dann eine kleine Roomtour machen im Zimmer. Ich habe vergessen die Roomtour zu machen. Ihr Gäste. Und... Oh mein Gott. Der nächste Clip wird peinlich für mich. Wenn ihr es so gesehen habt, dann wisst ihr euch schon Bescheid. Dann sehen wir schön, wie ich auf die Schnurren fliege. Ja. Ja. Also ich bin jetzt da draussen. Wir schauen nach meinem Zimmer. Ja. 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 Ich muss aufpassen mit den Schuhen. Ja. 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 Wir essen jetzt gerade etwas. Ich habe Spaghetti genommen. Wenn man mich kennt, dann nehme ich Steini-Spagetti, mit viel geht's, eigentlich ok und ja. Also ich gehe jetzt baden und dann sehen wir uns vielleicht später vielleicht. Also ich bin jetzt zurück vom Schwimmen und ich habe mir so ein bisschen Lübel drauf getan. Also meine Eltern haben ja gesehen zu dem und das finde ich toll. Und ja. Darf ich aber nur für so faire Sachen machen. Ähm, ich bin am Schwimmen. Wir haben auch ein bisschen das Areal, sag ich jetzt einmal, haben wir auch gehabt. Und es ist eigentlich noch richtig schön. Ähm, mit dem Genü geht es besser und ja. Also jetzt, äh, weil ich gesagt habe, ich gehe da rein, um irgendwas zu machen. Und dann habe ich halt einige drauf getan. Und ja, jetzt mache ich irgendwas, ich weiss was. Aber ja. Dann, äh, dann sehen wir sie für später nochmal. Ähm, ich weiss ja was machen noch. Ja, wir sehen zu denen, was noch passiert. Wir gehen jetzt essen. Und dann, äh, gehen wir eine Show schauen. Und dann, äh, Disco. Ja. Bis nachher. Also Leute, er ist so. Mach dich von neben dran voll laut. Dann gehen sie einfach voll auf die Uhr. Also, du, willst du Leute machen? Ja, aber dann schüss sie auch. Ich wüsste nicht, dass da vorne läuft einfach Musik. Weil ich mich mit meiner verbunden habe, oder? Wir können ja da... Wir können ja da... Wir können ja da... Wir können ja da eigentlich Party-Modus machen. Und dann haben wir jetzt, ah... Halt da, was hört. Es ist gar nicht mehr. Da? Doch. Du musst Leute machen. Was? Nein, mach Leute, mach Leute. Oh mein Gott. Das ist einfach richtig... komisch. Alter. Du bist einfach geballt an. Was heißt, wie du dazu zu dieser Sache? Lappen. Die Hochschule bekomme ich eine Verwarnung. Oh mein Gott. Das wäre richtig geil. FBI! Abne da! Hau! 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 Also... Warte, sie darf nicht machen. Fuck, Matthias, Matthias! 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 Soll ich mich abnehmen? Nein, 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 nein! Nimm mich ab! Ich will mich abnehmen. Soll ich auch in einem Schweizerdeutsch drehen labern? Man sagt mir, du hast kein... Kein normaler Deutsch und kein Englisch. Hallo? Alter, mal still! Ah, Leute! Alter, wir machen doch... Kann ich was? Ähm, ja, sie haben es uns schon gesagt. Wir haben die Boxen ausgeschaltet. Aber das Zimmer neben uns... 7.04 hat auch Musik. Hot! Oder hatten auch Musik vorhin. Alter, wir werden noch rausgeschossen aus dem Hotel, weißt du? Ja, ja, wir machen sehr oft ein Seich in... In der Sommerferie. Also, wir gehen jetzt auf und dann sehen wir uns später. Also, wir sind jetzt daheim angekommen. Wir werden jetzt ins Bett gehen. Und dann bis morgen. Wir haben dieses Informationsgespräch mit Ihnen hier sehr genossen. Wir haben dieses Informationsgespräch mit Ihnen hier sehr genossen. Austern. snett! Mhm, bloomberg.